Ich möchte ganz speziell Michael Nervarani begrüßen, nach Wochen des Urlaubs wieder bei uns. Hast du uns vermisst? Ja, sehr. Du wirst es nicht glauben, die erste Frage richtet sich wirklich konkret an dich. Ich möchte von dir und natürlich von uns allen wissen, was ist eine Nia-Bank? Nein, wie toll! Nia-Bank! Nia-Bank! Man schreibt wie Nia-Bank. Nia-Bank. Eine Nia-Bank. In Griechenland wahrscheinlich. Wieso? In Griechenland. Warum? Du brauchst jetzt Nia-Bank.